Ich habe hier die Partitur mit der Musik aus den Suiten zum Ballett Gayerné des großen armenischen Komponisten Aram Khachatuljan. Und das ist das Stichwort, armenischer Komponist. Ich lade Sie ganz herzlich ein, unser nächstes philharmonisches Programm zu besuchen. Sie werden sehr, sehr viel besondere Musik hören. Das ganze Programm ist gewidmet Armenien. Mein Name ist Frank Thiem. Ich spiele im kommenden philharmonischen Konzert das Xylophon. Xylophon als Orchesterinstrument kommt eigentlich erst im 20. Jahrhundert, so richtig, in Mode. Und es ist ein Instrument, das sich nicht wirklich für romantische Musik eignet. Es werden auch selten richtige Melodien für das Xylophon komponiert. Höchstens mal sowas, was auch in diesem Konzert zu hören sein wird. Oder Xylophon wird eingesetzt, wenn es wild wird, wie zum Beispiel im Säbeltanz. Und der Witz ist aber, dass wir den Säbeltanz als Zugabe spielen. Also wenn das Publikum nicht richtig applaudiert, dann kriegt es den Säbeltanz überhaupt nicht zu hören.